HELL YEAH! Ihr habt das genau gesehen! Genau, und das drücken wir jetzt alles weg. Das erkennen wir ja alles schon aus der letzten Folge. Kurz davor, er beschwert sich darüber, dass wir seine Prinzessin getötet haben. Natürlich... Au! Ich muss ein bisschen aufpassen hier. Ist nämlich gar nicht so leicht. Schau mal hier hinten, soll ich lang? Und jetzt? Wohin jetzt? Da kommt er gar nicht hin. Da hinten können wir lang, theoretisch. Wir suchen das mal so. Nee. Also so weit sind wir vielleicht noch nicht. Da müssen wir erst nochmal hinkommen. Müssen wir zusehen, dass wir jetzt hier... ...den Kollegen... ...irgendwie erledigen. Es ist gar nicht so leicht, wie ihr seht. Bis nach hier unten kommt er nicht. Das wird doch nix. Wird nix! Das ist gut. So, jetzt sind wir schon mal bei dem oben. Die blöden Dinger sind jetzt aber richtig schnell hier. Kann ich den irgendwie selber töten? Dass er sich selber umbringt? Nee, ne? Ach, hier. Nein! Okay, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie es funktioniert. So, die ganze Geschichte machen wir einfach noch einmal. Wirf ihm die Kiste auf den Kopf, ja? Das hätte ich auch gleich beim ersten Mal sehen können. Da muss ich jetzt irgendwie runter. Müssen wir mal schauen, dass wir den jetzt hier irgendwie... ...überlisten können. Bloß nirgends vorgegenlaufen. Hätte ich doch nur meine Waffen. So. Das funktioniert. Die sammeln wir ein. So, und hier... Au, wo guckt was denn jetzt? Was hat mich denn da erwischt? Nicht da! Hallo? Die haben ganz schönen Wirkungsradios, diese Bomben. So, jetzt ist er kaputt. Sehr gut. Jetzt können wir hier nämlich hoch. Da schnell. Uh. Oh, der ist ultra schnell jetzt gerade hier. Fast. Hier nochmal hin. Tschüss. So, jetzt können wir hier auf jeden Fall schon schießen. RT, um zu schießen. Funktioniert wunderbar. Dann werden wir mal alles kaputt hier. Können wir hier unten gehen, genau. Wir brauchen ein bisschen länger, bis er da ist. Und zack. Klappt noch nicht so richtig. Voll auf den Schädel. So. Immer so ein bisschen vorziehen. Was? Aufspüren mit A. Ach, klar. Wie blöd bin ich denn? Das ist ja relativ einfach gewesen. Aber ich habe nicht richtig drauf geguckt. Aber jetzt kriegen wir es hin. Wir müssen einen aussortieren bei diesem Spiel. So, das ist der hier. Hallo. Kling. Yes. Und tschüss. Was? Was geht ab? Nom, nom, nom. Oh, Wahnsinn. Ja, den haben wir auch erledigt. Super duper. Können wir auch nochmal eine Bombe ablassen. Bringt uns das irgendwas? Ne. Aber hier hinten wird uns das was bringen. Da drücken wir einen hin. Und da drücken wir einen hin. Können wir da nämlich nach oben. Das sind nämlich die super guten Diamanten. Achso, weiter komme ich nicht. Machen wir natürlich noch die Teile hier kaputt, damit wir dann da gleich weiter können. Geht es dann nämlich durch. Der kommt auch noch weg. Wenn schon, denn schon. Wir nehmen alles mit. Den. Und hier auf der Seite den noch. Zack. Brauche ich nämlich auch mit, wenn ich schon da bin. Ich habe eh keine Waffen, um mich jetzt zu wehren. Also wäre das ja gar nicht schlecht, wenn ich die einfach mal auslösche, bevor sie mir noch irgendwie zu nahe kommen gleich, wenn ich da wieder hingehe. So. Gut, gut. War noch kaputt. Ich glaube, das war's. Sollte reichen. Ach ne, da oben. Den wollen wir auch noch. Den großen Schatz. Ist hier sonst noch irgendwo was? Da kann ich noch mal hin. Was machen die hier? Da komme ich nicht hin, okay. Ah, schon mal da. Also hier gibt es noch einiges, was ich entdecken kann, wo ich ja einfach nur noch mal hinlaufen muss. Ist also grundsätzlich kein Problem. Ich will die nur alle erledigen, damit ich dann da nicht irgendwie in Schwierigkeiten komme. Gut. Die nehme ich alle mit. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Das gab einen dicken Bonus. Und hier hinten waren da noch irgendwo welche da. So, ich glaube aber das war's jetzt. Ne, hier ist noch welche. Huh, das war jetzt fast knapp. Ne, kriege ich das hin? Das kriege ich nicht hin mit denen. Ach verdammt. Ja, dann lasse ich die anderen jetzt da drin. Da oben waren keine mehr. Ne. Bevor ich jetzt doch noch irgendwie sterbe, einfach aus reiner Gier, versuchen wir doch erstmal hier so ein bisschen die Dinger noch einzusammeln. Oh. Oh. Na komm schon. Das hat doch eben grad geklappt. So. Alles eingesackelt. Oh, das war ja ein bombiger Auftritt. Ne, dann müssen wir nochmal hier so ein bisschen... Ach, der verrutscht komplett so. Na, was ist das? Na du. Das muss doch gehen. An dem komme ich nicht weiter. So. In der Ruhe liegt die Kraft, Ash. In der Ruhe. Du musst nicht dagegen springen. Die sind übrigens schon wieder respawned hier. Punkte. Oh, was geht denn da ab? Da müssen wir runter. Ah, wir schauen hier oben nochmal. Ach, da oben kriegen wir dann wieder... Ah, hier werden wir geheilt. Kann das sein, dass wir da hinten dann unsere Waffen wieder bekommen? Das muss ich doch jetzt erstmal... Erstmal austesten. Oh ja. Super cool. Jetzt haben wir den auf jeden Fall wieder. Da kommen wir gar nicht durch. Ah ja. Gut. Ne, es bringt nichts. Da werden uns nur die Sachen abgenommen. Die Punkte nehme ich hier mit. Schauen wir unten nochmal. Weil die gute Miss Fontaine kann mir jetzt zwar das Leben ein bisschen leichter machen, indem ich ein bisschen mehr Lebenspunkte habe. Ah, wo geht es hier hin? Hey, willst du tauschen? Ich soll für meine Frau auf die Eier aufpassen. Aber pscht, sonst werde ich zur Witzfigur. Das ist ja sogar für die Hölle zu mies. Als mitfühlendes Mitglied der Gemeinschaft werde ich ihn von seinem Leiden erlösen. Kleinen Moment noch, dann komme ich. Ja, das wollen wir nochmal machen. Dass wir den guten Kollegen da von seinem Leiden erlösen wollen. Oh yeah, jetzt sind wir so ein Bomberhase. Wie cool. Kann ich irgendwas machen? Ich kann nichts machen. Ich kann mich nur ganz ruhig bewegen. Okay, die Fische tun mir nichts. Aber man kann ja auch nicht wirklich viel hier machen. Ich sollte da vielleicht nicht gegenschwimmen. Aber sonst sind wir da ja relativ frei offensichtlich. So, Punkte, Punkte, Punkte. Alles mitnehmen. Dann können wir uns nachher wieder schöne Items verkaufen. So. Schauen wir mal oben lang. Irgendwas übersehen haben vielleicht. Da geht es auch nicht weiter. Wir müssen da irgendwo unten hin und den erlösen. Aber ich will ja die Punkte mitnehmen. Kann nicht sein, dass ich die... Achso, schau mal. Nee, da komme ich so nicht hin. Da muss ich von der anderen Seite ran. Was bringt mir das dann? Vielleicht kann ich dann da das Wasser ablassen oder so. Und brauche das später, um dann da irgendwie weiter zu kommen. Und solange ich hier unterwegs bin, schwimme ich da hoch. Ist vielleicht leichter, als wenn ich später dann da hoch springen muss. Aber da unten sitzt da ja schon, der Kollege. Dir helfe ich gleich. Kein Problem. Ich will jetzt hier nur mal ein bisschen... Schauen, ob da nicht noch irgendwas ist. So, den kann ich runterschmeißen. Dann kommt der da hin. Das bringt was? Nicht so viel. Na komm schon. So. Das bringt alles überhaupt nix. Was? Der ist auch unten. Den kann ich da nicht runterschmeißen. Da kann ich auch nicht weiterschmeißen. Dann gehen wir einfach mal zu dem Kollegen nach unten. Macht der mir Schaden jetzt? Ah, das heißt wohl ja. Na super. Was sollen wir denn machen mit dem? Kann ich aussteigen? Achso, wenn ich aussteige, bin ich direkt wieder oben. Ah ja, aber komm dann wieder dahin, wo ich ausgestiegen bin. Okay, so weit, so gut. Jetzt noch ein bisschen so eine kniffligere Folge jetzt hier, um da durchzukommen. Mal schauen, was wir jetzt am besten machen, um den irgendwie auszuschalten. Ich müsste den da irgendwie hinlocken, jetzt zu diesen Minen oder so. Da müsste ich eine mitnehmen am besten. Kann ich irgendwie was mitnehmen? Ja. Das geht nicht. Das war ich wieder ein bisschen ungeschickt. Au. So, wieder runter. Also du kannst nichts mit den Minen machen. Du kannst einfach nur rumschwimmen. Raussuchen. Sehr merkwürdig. Muss ich irgendwie eine andere Lösung finden da jetzt für dieses Problem. Gibt irgendwo bestimmt eine Möglichkeit, irgendwie das Wasser abzudrehen oder sowas. Und den komischen Fisch da aufs Trockene zu legen. Dann wäre das Problem auf jeden Fall gegessen. Aber die Minen, die ich zerstöre dadurch, dass ich da reinschwimme, sind auf jeden Fall weg. Ist schon mal gut zu wissen. So, hier kann ich das alles einsammeln. Vielleicht gehe ich einfach mal oben weiter. Da ging es ja irgendwo auch noch weiter. Nämlich hier. Andere Seite. Schauen wir mal, ob ich da noch irgendwas finde. Oder war da nichts mehr? Da hinten auf der anderen Seite sieht es ja so aus, als ob da immer noch was wäre. Das bringt alles überhaupt nichts hier. Ich wäre froh, dass ich hier wenigstens unter Wasser so ein bisschen atmen kann mit diesem Ding. Aber eine Lösung für das Problem habe ich nicht. Das ist auf jeden Fall das Ziel, wo ich hin muss. Weil zu den anderen komme ich im Moment nicht so richtig. Da oben wäre vielleicht noch was gewesen. Bei der Miss Fontaine. Aber da muss ich auch irgendwie erstmal durchkommen. So, der Kollege, wie kann ich den plätten? Keine Waffen? Überhaupt nichts. Gehen wir mal wieder raus. Vielleicht können wir hier oben nochmal uns umschauen. Ich habe bestimmt irgendwo irgendwas übersehen. Irgendwie eine Waffe oder so, die ich jetzt da unter Wasser verwenden kann. Eine Möglichkeit, das ganze Wasser einfach abzustellen. Ne, da komme ich her. Da kommen wir her. So, da oben kommen wir dann nicht weiter. Die Fontaine heilt uns wieder. Hier unten ging es weiter. Aber da geht es nicht. 23 von 24 Monstern. 23 von 58. Okay. Das ist natürlich blöd, wenn ich jetzt so ein bisschen auf dem Schlauch stehe und da nicht irgendwie eine Lösung für das Problem weiß. Da komme ich nämlich noch nicht durch. Da kann ich schießen, wie viel ich will. Nein, 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 nein. Das geht nicht. Müssen wir das Ding doch wieder da lassen. Ich würde sagen, ich grübel jetzt einfach nochmal bis zur nächsten Folge. Und dann weiß ich auch Bescheid, wie wir jetzt hier den guten Kollegen ausschalten müssen. Vermute ich. Blubblub. Blubblub. Ich glaube, irgendwie... Schau mal, da unten ist noch ein Bossgegner unten in dem Ding drin. Aber wo kann ich denn... Was weiß ich, kann ich denn da links? Kann ich da irgendwo durch? Hier ist hier überhaupt nichts. Drücken wir mal auf die Karte. So, das ist einfach ein... Zoomen wir mal rein. Ein Labyrinth. Wir kommen von oben und schwimmen hier so ein bisschen durch. Da geht es überall nicht weiter. Hier unten vielleicht. Da ist ein anderer grauer Punkt. Da... Ja, ich würde sagen, ich übe das noch ein bisschen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Let's Play. Hell yeah, der Zaun des toten Knuckles. Bis dahin. Servus. Euer Marv. Am alt. Analyse!